Neue Kunden braucht es in jedem Geschäft. Dauernd werden sie Stammkunden verlieren, das ist normal. Aber nun geht es darum das Internet gezielt einzusetzen. Schauen Sie, die meisten Leute werden wie hier auf diesem Bild, ich habe das hier in einem Marketing Lehrbuch gefunden, werden konzeptlos einfach irgendwie im Internet etwas suchen. Sie werden überall ein wenig mitmachen in Social Networks, sie werden Facebook einen Account haben, sie werden auch eine Homepage machen und herstellen lassen. Aber schauen Sie, das genügt nicht. Das ist wie wenn Sie zu einem Auto das Steuerrad und vier, fünf Räder kaufen und irgendwie einen Motor dazu kombinieren. Das sieht nicht gut aus, es fährt nicht richtig, weil es funktioniert nicht, die Elektrik ist nicht drinnen. Und sowieso, es macht keinen Spaß, wenn man bastelt und merkt, es funktioniert nicht. Und weil das so einfach ist, erlaube ich mir jetzt für Leute, die in irgendeinem Geschäft Treuhand, Bank, Versicherung, Handwerk, Maler, Gipser, Baugeschäft, Schreiner und in der Maschinenbranche, Elektronik und so weiter, Ihr Geschäft auf Vordermann halten wollen und natürlich auch Interesse haben, international oder national neue Kunden zu finden. Mit dem Internet ist das ja möglich, aber man muss viele Sachen beachten. Jetzt machen wir es nicht kompliziert. Die weiteste Reise fängt an mit dem ersten Schritt. Dann folgt der zweite und der dritte. Und glauben Sie mir, es ist so einfach, schnell irgendwo sich einzuschreiben und einfach mal so mitzumachen. Aber Sie wollen ja Ihr Geschäft voranbringen. Das bedeutet, neue Kunden finden, die kommen nicht von selbst. Und gehen Sie bitte davon aus, dass Sie jetzt das, was ich selber erlebe, das, was jeder Geschäftsmann erlebt, einfach nicht überspringen können. Nämlich die Hürden, dass zum Beispiel, dass Sie sich präsentieren im Internet. Einfach als Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist, was ich Ihnen jetzt hier in Indien mitgeben möchte. Eine Homepage. Gehen Sie irgendwo eine Homepage suchen. Google Suchbegriff Homepage und sehen Sie, was da präsentiert wird. Da heißt es ja normalerweise, ich bin Architekt, ich baue Häuser. Und wer zieht? Ein paar Empfehlungen von Kunden und das war's. Aber in Tat und Wahrheit geht es ja darum, dass uns unser neuer Kunde nicht glaubt. Gehen Sie bitte davon aus, weil er hat so viele Angebote. Er kann vergleichen heute. Von Paris lässt grüßen. Ist normal. Und vor allen Dingen, er glaubt nicht, dass unsere Lösung anders ist. Dass wir etwas ganz Spezielles präsentieren können. Und, Schluss und endlich, vielleicht will er das noch glauben, aber er hat keine Zeit, um unsere Lösung kennenzulernen. Also müssen wir neue Wege gehen. Und genau diese Wege, die will ich hier präsentieren. Und gebe Ihnen die Möglichkeit, wirklich kostenlos, damit Sie im Internet dazulernen, die Möglichkeit, das Schritt für Schritt zu lernen. Also, unten können Sie sich anmelden. Schicken Sie mir eine E-Mail mit dem Formular hier unten. Und vor allen Dingen, bestellen Sie eine Newsletter. Ich habe 101 konkrete Vorschläge für Sie vorbereitet. Und das sind Vorschläge aus der Praxis. Schauen Sie, die wende ich an seit fast 30 Jahren. Und das gibt Ihnen die Möglichkeit, von meinem Wissen zu profitieren. Mir macht es auch Spaß, Ihnen einen Bonus zu schenken. Schauen Sie, ganz unten machen Sie mit kostenlos. Sie kriegen sogar noch ein kleines Geschenk von mir. Und sehen Sie mal, wie zum Beispiel ein Geschäft funktioniert, wo Sie nichts machen müssen, als im Internet sich anzumelden und einfach dasselbe wie ich machen, das weitergeben. Gratis. Die Leute kriegen alle ein Geschenk von Ihnen dann später. Und vor allen Dingen, es geht darum, in diesem Beispiel eine Milliarde potenzielle Kunden. Nämlich jeder, der Auto fährt, ist der potenzielle Kunde für dieses Superprodukt. Wie gesagt, als Beispiel, ich will Ihnen nicht das Produkt verkaufen. Sie sollen da lernen, wie Sie den Leuten etwas weitergeben. Und vor allen Dingen, Sie können da Geld verdienen und Sie können Benzin sparen. Sie tun noch etwas für die Umwelt, ein persönliches Anliegen. Und machen Sie einfach mit. Oder Sie können nur profitieren. Viel Spaß. Und wir werden uns wiedersehen im Newsletter. Und Sie werden von mir, so viel mehr wie Sie jetzt hier sehen, kriegen Sie von mir in jedem E-Mail. Völlig neue Kommunikationsformen. Hier wird nicht mehr geschrieben. Hier wird miteinander diskutiert und präsentiert. Viel Spaß. Und toi toi, ich freue mich, wenn Sie sich bei mir einschalten. Das ist ein paar Hände. Vielen Dank.